E. Geissmann AG – Ihr Ford und SsangYong Partner im Freiamt. Seit 75 Jahren bieten wir außergewöhnlichen Service rund ums Auto. Bei uns können Sie die meisten Ford-Modelle anschauen und Probe fahren. Wir haben 50 Jahre Erfahrung mit Ford und seit kurzem vertreten wir auch die Marke SsangYong. Sie finden bei uns ständig rund 40 gepflegte Okkasionen und viele Importfahrzeuge. Und im Nutzfahrzeugcenter bieten wir Ihnen alles, was Sie brauchen. Von der kompetenten Beratung bis zur Verwirklichung Ihrer individuellen Wünsche. In der modernen Werkstatt mit großem Ersatzteillager führen wir alle Reparaturen rasch und zuverlässig durch. Wir kennen uns auch bestens aus mit Karosserie- und Lackierarbeiten und wir übernehmen die Schadenabwicklung. Bei uns können Sie auch rund um die Uhr tanken. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. E-Geissmann AG – Ihr Partner für Ford und SsangYong im Freiamt.